Hallo und herzlich willkommen zurück meine lieben Freunde, willkommen zurück zur Saison Nummer 7 müsste es mittlerweile sein im Rapid Wien Projekt, es geht endlich weiter. Wir haben die Ziele, Gruppenphase, Champions League, wird schwer, aber machbar, nationaler Pokal, Halbfinale, Liga, Meisterschaft, das sind die Ziele, die uns der Vorstand gibt, wir haben also einiges vor dieses Jahr. Wie gesagt, das wird der übelste Umbruch werden, wir werden alles machen, wir haben 90,9 Millionen zum Einkaufen, Alter, Alter, wir werden halt wirklich jetzt so krass, ich habe vergessen Saisonabschlussfeier zu machen. Oh, Alter, das tut mir auf jeden Fall leid, wir werden als allererstes jetzt den Kalender herrichten, wir machen einen Lactatest, natürlich hier so am 4., dann werden wir am 3. davor nochmal ein Freundschaftsspiel gegen unsere A-Junioren machen auf dem Trainingsgelände. Wir gehen ins Trainingslager nach Thessaloniki, mein Lieblingsstandort, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich wegen der Fitnesspunkte. Dann machen wir natürlich auch Freundschaftsspiele in Thessaloniki gegen Trikala, da war ich schon mal persönlich, so ein schönes Schädchen auf jeden Fall. Dann nach Tripolis, da war ich noch nicht und Valos, da war ich auch noch nicht, aber egal. Trikala war ich schon mal, Thessaloniki, diese Region war ich natürlich auch schon mal und Kalabaka war ich halt schon mal. Durch meine Arbeit, mein Chef ist Grieche und wir haben Urlaub da gemacht und das ist richtig schön, auf jeden Fall. Griechenland ist ein sehr schönes Land. Spanien war ich ja letztes Jahr und nächstes Jahr wird dann wahrscheinlich wieder Griechenland sein oder wir gehen wieder nach Spanien. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Dann machen wir hier die Saisoneröffnung zur Feier, ja, dann mache ich hier noch ein Freundschaftsspiel, würde ich sagen. Gegen blau-weiße Linz in Hofmann Personalstadion, da gehen wir hier nochmal ins Kurztrainingslager. Hier gehe ich mit den Jungs essen, dann sind wir auch schon hier und hier müssen wir halt in die Quali-Runde der Champions League. Mal sehen, wie das alles läuft. Warum ich euch jetzt hier alles mitnehme, weil ich wirklich was vorhabe mit euch. Ich habe vor, ihr übelst den Umruf zu machen. Wir werden schauen, was wir verkaufen. Ihr könnt mir in die Kommentare auf jeden Fall schreiben, was wir verkaufen sollen. Wir gehen essen jedes Mal, wenn wir die Möglichkeit haben, wegen Länderspielpause, gehen wir mit der Mannschaft zusammen essen. Wir wollen ein Kollektiv aufbauen in der Mannschaft. Da haben wir schon den Dezember, da machen wir eine Weihnachtsfeier am 20. hier Montags. Dann Spielerfeier am 1. Dann gehen wir in ein Freundschaftsspiel gegen unsere A-Jugend wieder. Trainingslager einmal in Odessa. Gehen wir nach Österreich oder wollen wir das mal woanders machen? Geistige und körperliche Fähigkeiten in Norwegen. Gehen wir nach Norwegen. Trainingslager in Norwegen. Mal sehen, ob wir da auch... Leider kriegen wir da keine Gegner. Dann können wir hier nochmal ein Freundschaftsspiel gegen Waldhof hier. Stahlhof meine ich. Dann haben wir... Hier geht es schon wieder los. Dann kann ich hier nochmal ein Trainingslager machen. Und da gehen wir sogar das Land verlassen. Und gehen nach New York. Team für unkörperliche Fähigkeiten oder Vancouver, Los Angeles, Acapulco, Havana, Kingston. Jamaika. San Juan. Ne, wir gehen nach Jamaika. Kostet uns zwar sehr viel, aber das Geld haben wir. Mal sehen, können wir auch Freundschaftsspiele? Ja, wir können sogar in Jamaika Freundschaftsspiele machen. Freundschaftsspiel hier gegen Cavalier. Ja. Oh, es gibt sogar starke Gegner. Mal schauen, wer die starken Gegner sind. Und... Ja, komm. Nachdem wir. Nehmen wir mit. Dann haben wir den Februar hinter uns gebracht. Hier ist jetzt der März. Da gehen wir auch nochmal in einen Vergnügungspark hier. Im März. Hier ist Champions League Finale. Und ja, 1. Juni. Saisonabschlussfeier. Spielerauszeichnung. Dann gehen wir nochmal zusammen mit allen essen. Und dann müsste das auf jeden Fall schon mal passen. Jetzt auf jeden Fall die Mannschaft. Wir wollen eine komplett neue Formation. Wir haben Wiegand natürlich unangefochtener Stammtorhüter. Pants ist die Nummer 2. Wir haben Linksverteidiger Elchevi. Den werden wir ein bisschen vorziehen. Dann haben wir Schwarzer als Backup dahinter. Geierhofer ist natürlich mit Clara gesetzt. Dann Frazier dahinten. Single ist unangefochtener Rechtsverteidiger. Wir gehen jetzt zentrales Mittelfeld. Wie mache ich das? Wir haben sehr viele Spieler. Ich gehe jetzt wahrscheinlich auf eine andere Formation. Wir gehen mit Dunfer in der Defensive. Wahrscheinlich werden wir noch jemanden holen für diese Formation. Tafana wird der Spielmacher als zentraler Mittelfeldspieler. Lubitschit ist der Backup, weil er beides spielen kann. Oder Dunfer ist der Backup dann. Greg Frazier oder... Ja, Greg Frazier ist dann der Backup-In-Verteidiger. Curtis Jones, was mache ich mit dir? Bayley will ich auf jeden Fall behalten. Wir haben Abel, Ristanic, Kroenberger. Ja, 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 ja. Wie machen wir das? Lazaro machen wir ihn. Lazaro ist ja der Rechtsverteidiger. Ja, dann Single und Elchevi sollen ja halt rangezogen werden. So, dann haben wir halt Curtis Jones. Den packe ich jetzt erstmal hier auf diese linke Flügelposition. Wir haben Lingard als Stürmer, aber Lingard wird wahrscheinlich... Ach, den behalte ich noch. Wir verleihen... Babusco? Ne, Cordier nochmal. Wie machen wir das? Ne, Lingard. Lingard kommt auf den Transfermarkt zum Verkauf. So. Und ab in die Reserve. Dann haben wir... Kräuter. Transferstatus. Zur Leihe. Spieler anbieten. So, let's go. In die Reserve. Holger Schein. Könnte ich mitarbeiten, ne? Könnte ich wirklich mitarbeiten. Anstatt mit Dampfer. Der könnte offensives Mittelfeld. Dann haben wir Zerpaz. Der kann alles quasi übernehmen. Aber Zerpaz und Schein... Werde ich glaube ich verleihen. Weil Cordier könnte... Weil Cordier könnte zentrales Mittelfeld auch... Weiß ich nicht. Abel wird verkauft. Transferstatus. Zum Verkauf. Abes letzte Saison war das hier. In die Reserve verschieben. Dann Babusco. Transferstatus. Cordier ist gesetzt. Da bleiben wir erstmal. Der wird unser neuer Stamm... Offensiver Mittelfeldspieler und soll sich da entwickeln. Bailey ist bei mir gesetzt. Bis zum 15.10. fällt da aber aus. Murawski. Transferstatus ändern. Ach, dein Vertrag läuft aus. Dann müssen wir uns nochmal umkümmern. Jägerich. Ersatzstürmer. Kalacic. Gesetzter Stürmer. Unas. Ja, wir haben keinen gescheiten Rechtsaußen. Wir haben keinen gescheiten Rechtsaußen. Müssen wir halt nochmal schauen, wer da am besten spielen kann. Jones und Bailey werden dann wahrscheinlich da gesetzt. Und Nass kann ich Rechtsaußen spielen lassen. Murawski ist dann momentan, während Bailey da verletzt ist. Riemann wird nochmal verliehen, würde ich sagen. Transferstatus ändern. Nein, da muss ich auch den Vertrag verlängern. Hohenberger wird dann wahrscheinlich der Backup sein. Und Ristanic wird nochmal verliehen. Oder ich nehme Ristanic als Backup. Dass wir das so machen. Und Murawski, ja, wird in die Reserve wahrscheinlich verschoben. Riemann auch. Oder die bleiben einfach nur für die Bereite. Babusko wird erstmal dahin gesetzt. Und dann müssen wir schauen, wie wir das machen mit Danfa und Sahin. Und so. Wir haben ja... Sahin wäre natürlich Teugerhan. Sahin wäre natürlich sehr, sehr gut. Und er, wie gesagt, da will ich ihn... Als Herrschatus ändern. Ihn will ich nochmal verleihen. Und Sahin kann ich quasi wieder besser hier so... Und dann immer wieder Babusko und Cordier abwechseln lassen. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Und Zepa wird dann jetzt hier Spiele anbieten. So. Dann. Die, die ich angeboten habe, werde ich direkt in die Reserve verschieben. Reiche bleibt als dritter Stürmer. Frazier bleibt als Backup-Innverteidiger. So. Wir haben eine Stärke von 846. Wenn wir so spielen. Wenn natürlich Bailey wieder fit ist, sieht das ganz anders aus. Dann haben wir 649. Aber... Momentan ist er nicht fit. Das ist das Ding. 90,9 Millionen haben wir zum Einkaufen. Die Mannschaft steht so gut, wie es geht. Wie sieht das international und national aus? Wir sind beinah 15. Das heißt, wir können uns momentan immer noch nichts leisten. Tolisso wäre zum Kauf. Wir haben hier einige Spieler, die... Bakayoko zum Beispiel... Also das sind richtig starke Transfers wären das. Aber... Aber... Wir gehen hier nochmal rein. Junio Adamo ist immer noch nicht verfügbar. Aber Florian Grelic wäre verfügbar. Dann haben wir Lubitsch von Hoffenheim, der verfügbar wäre. Wiegand ist natürlich von uns verfügbar. Dann haben wir Sabitzer wieder verfügbar. Wir haben Clara Lazzaro. Wir gehen mal rein. Nationalität. Nur Österreicher. Dann 70er. Alle realistische Transfers. Was ist das stärkste, was uns angeboten wird? Sabitzer. Dann haben wir Baumgartner. Leon Klasen hier von Tirol. Dann haben wir Vassi. Borkovic. Lienhardt. Ullmann könnten wir wieder zurückholen. Schmiedebach von Juve. Wäre auch was. Dann hätten wir Jukic. Balic. Manfred Fischer. Was sind denn die Jüngsten? Schmiedebach. Weigand hier von Karlsruhe. Können wir auch noch hier ins Blickfeld aufnehmen. Einmal scouten lassen. Alge ist mal den nächsten Gegner beobachten. Nein, hier. Du scoutest ihn hier von Karlsruhe. Dann haben wir den Linksverteidiger Moritz Neumann. Patrick Pelke hier. Hat er sich mittlerweile da bewährt. 23 Spiele. 4 Tore. Ja. Ja, 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 ja. Das ist natürlich bitter. Sven Sassi hier. Ist in der Nationalelf von Syrien. Obwohl, ist das nicht Ägypten? Das müsste doch Ägypten sein, oder? Syrien. Also, das sieht aus wie die ägyptische... Also, hat Ähnlichkeit auf jeden Fall. Oder ich täusche mich da jetzt übelst krass. Walner von Last. Leon Kla... Linksverteidiger, okay, aber der ist Russe. Jan Boller, Endverteidiger. Dubicic von Hoffenheim. Er wäre natürlich... Das wäre natürlich das Ding hier, ne? Also... Ja, also wir haben hier wirklich sehr interessante Spieler, die bei uns spielen könnten, aber es auch nicht wirklich tun. Das ist das Problem. Grilich hier von Sivir, der wäre natürlich noch mal viel, viel krasser als unser jetziger Spieler. Ich glaube, da gehen wir auch rein. Versuchen wir, ihn Grilich zu verpflichten. Wir gehen rein mit 27 Millionen, machen wahrscheinlich ihn auch zu einem Top-Transfer. Wäre auf jeden Fall stark. Dann haben wir Bernardo. Wir haben Sabitzer. Sabitzer könnte auch defensives Mittelfeld spielen, aber der könnte alles spielen quasi. Das wäre auch so wirklich eine sehr starke Verstärkung. Wir gehen mal hier in die Nassen-Nahmannschaft. Nominierung, Kader nominieren, Einbürgerung. Wen können wir hier noch einbürgen? Koronelf. Menzel. Warte, erstmal die Stärksten. Weiner könnten wir noch. Von Red Bull Salzburg. Dann hätten wir. Wir könnten ihn noch mal einbürgern, um ihn auf jeden Fall reinzubringen. Für die Gesamtstärke. Das ist auf jeden Fall interessant. Wir bürgern sie alle mal ein. Auf jeden Fall die Jungen. Die Jungen, die was bringen. Die Stärke, die Stärke muss mindestens bei 60 sein. Oder sogar bei 70. Oder 65. So, ja. Die Stärke muss mindestens da sein. Dann haben wir hier auf jeden Fall einbürgern. Wir könnten wir rein theoretisch noch mit ihnen arbeiten. Genauso wie mit ihm hier. Wanderwerf hier. Da hat man auf jeden Fall noch die Möglichkeit, einige Spieler zu holen. Nico Mantel. Ja, Nico Mantel. Dass wir den hätten einbürgern können. Jetzt mittlerweile bei Saarbrücken. Wäre auch ein sehr starker Keeper geworden. Aber wir sind mit Wiegand mehr als perfekt aufgestellt. Wir sind mit Wiegand mehr als perfekt aufgestellt. So, wieder zurück zu Rapid Wien. Ich bin echt am überlegen, ob ich nicht doch hier auf Ake gehen soll für ein Jahr. So als dritter Verteidiger oder als Stammspieler. So, du wirst auf jeden Fall spielen. Wir gehen einfach mal rein. Acceptable. Drei Jahre. Ich kann den dann auch für gutes Geld verkaufen. Und das wäre dann der erste Ausländer, den wir verpflichten für dieses Jahr. Ja, kostet mich nichts. Mit Grealish bin ich ja noch am Verhandeln. Also da habe ich ja auch reingestartet in die Verhandlungen. Dann haben wir noch Borja Iglesias als Backup-Stürmer. Könnte ich auch mitleben. Dann hätten wir noch Anthony Robinson als Linksverteidiger. Ja, wir wollen ja auch eine konkurrenzfähige Mannschaft aufbauen. Und du wirst auf jeden Fall einige Male spielen und er würde wenig Geld kosten. Dann bräuchten wir noch einen gescheiten Rechtsverteidiger. Aber wir können ja auch mal, wir müssen ja nicht nur Österreicher. Ich könnte ja wirklich noch alle 80er nur realistische Transfers. Wir gehen jetzt erstmal auf die Position defensives Mittelfeld. Außer natürlich, äh ne, da will ich auf den eingehen. Wir hätten hier natürlich sehr starke mit Brito. Und Grealish, Bakayoko und so wären natürlich sehr starke Spieler. Aber wir gehen dann lieber auf so eine Position, wo wir wirklich schwach besetzt sind. Mit den Rechtsverteidigern. Und da hätten wir von Schalke hier Klaus Kleimann. Dann hätten wir Luca Klostermann. Der hat natürlich auch noch die Erfahrung. Und der wäre voll gescoutet. Oder Riedle Baku von Wolfsburg. Und der kann sogar zentrales Mittelfeld. Also der wäre auch noch was. Die wären auf jeden Fall auch noch was. Aber ich bin glaube ich lieber mit Nathan. Ich glaube ich gehe lieber mit die Erfahrung. Klostermann. Grundstärke 80. Und da kann man drauf ausbauen. Und die würden den sogar günstig abgeben. Gehen wir erstmal rein. So jetzt haben wir 16 Minuten schon verschwendet. Nur für den, damit ihr wisst, in welche Richtung wir gehen. Dann haben wir mittlerweile Transferverhandlungsstatus. Drei Ausländer. Elkett, Robinson und Klostermann. Die uns auf jeden Fall in jeder Position verschärken würden. Und Grilic dann nach vorne. So wir haben noch die Möglichkeit. Ne, ich glaube ich werde. Cordier verleihen. Ne, Cordier werde ich behalten. Lingard werde ich in die erste. Werde ich behalten. Der ist mir zu wichtig. In die erste Mannschaft verschieben. Dauerhaft. Wenn ein gescheites Angebot kommt, werde ich ihn natürlich abgeben. Und wir werden dann Transferstatus ändern. Muss ich mal mit seinem Vertrag reden. Dann werden wir versuchen nochmal Babusco zu verleihen. Dass er vielleicht eventuell unser Stammspieler wird. Weil wir wollen auch international. Wir wollen uns natürlich international verstärken. Dann können wir sowas wie Adamo holen und so alles. Und das ist das Wichtige. Deswegen Babusco wird nochmal verliehen. Transferstatus auf Transferliste zu Laie. Spieler anbieten. Hoffen wir das Beste. Ich gehe jetzt erstmal rein in die Vorbereitung. Werde die Jugendmannschaft hier einmal ausmisten. Und schauen, wie wir das machen. Werde einen Kooperationsvertrag versuchen zu machen. mit einer schlechteren Mannschaft hier zum Beispiel aus Belgien oder sowas. Dass wir den Spielern hier verleihen. Zum Beispiel sowas wie Jupiler Pro League. Nein. Dann gehen wir lieber doch nach unseren Nachbarländern. Happy Belgien wäre schon in die Nähe Österreich. Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark. Gehen wir doch nach Deutschland. Und ab in die dritte Liga. Und versuchen dann sowas wie Bielefeld einen Angebot zu machen. Bielefeld wird nichts bezahlen. Wir bezahlen 506, sagen wir eine Million pro Jahr. Wir... So. Wir müssen den... Spielern aus... Drei Spieler ausleihen. Und die... Die... Drei Spieler kriegen die... Ausgeliehen. Kriegen eine Million pro Jahr. Zwei Jahre Vertragslänge. Drei Spieler kriegen sie ausgeliehen. Und müssen dann auch noch... Die müssen 100% der Spieler... Der Spiele machen. Die haben auch mit Österreichern eigentlich gut... Ah. Ich muss quasi dann auch auf sowas hier gehen. 90% der Spiele. So. Angebot und eine Breite. Bevorzugte Anzahl an Transfers. Steht noch offen. Dann wieder. Wir gehen... Nach England. Diesmal in die... Vierte Englische Liga. Kleinere Vereine. Gucken wir mal... Wer ist... Ist hier irgendwie was Besonderes? Cambridge, Not... Oxford... Sky B2... Haben die sich mittlerweile... Hochgearbeitet mit... Wrexham... Oder leider noch nicht. Premier League. Alter, was ist das denn? Ipsich, Sean, Plymouth, Rastbrown, Reading. Ja, das ist, wenn man so lange spielt, ne? Alter. Guckt euch das mal an. Ist die Premier League wirklich so? Huddersfield, Rastbrown, Ipsich, Plymouth, Reading... Barnsley, Sheffield, Preston, North End... Alter, was ist das? Ist ja auch krass. So, dann gehen wir hier. Der Gefallene... Ist hier irgendwie so ein richtig krass Gefallener wie Fullham... Southampton. Southampton, ja. Komm, wir bieten auch euch eine Million an. Das muss bevorzugte Transfers. Ihr kriegt drei Stück. Und die müssen... 90%... Zwei Jahre... Angebot angeben. Und dann zu guter Letzt gehen wir in die spanische Liga, würde ich sagen. Da haben wir auch... Vierte Liga, kleinere Vereine. Uli Levante. Versuchen wir die mal weiter zu verstärken. Auch eine Million pro Jahr. Zwei Jahre muss das hier machen. Drei Spieler. Dann müsste das passen. Angebot unterbreiten. Dann können wir nämlich hier unsere zweite Mannschaft komplett ausmisten. Und dann kriegen die sowas wie Serpas und so alles. Kriegen die dann solche Spieler. Dann haben wir da wirklich Kooperationsverträge, die uns was bringen. Wir gehen jetzt erstmal weiter und gucken, ob wir den ersten Transfer eintüten können. Sonst sehen wir uns gleich. So, Southampton hat den Kooperationsvertrag zugestimmt. Wir können Kostet zur Leihe anbieten. Ist momentan nicht interessiert, diesen Spieler auszuladen. Das ist natürlich sehr bitter. Sie wollen nicht wirklich einen Spieler, aber vielleicht kommen sie von sich aus irgendwann mit einem Angebot. Ich habe ja die Spieler momentan hier Transfermarkt. Ich kann nochmal gucken. Eigner Verein hier. Wartet, 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 wartet. Aktion. Transfer-Shadows ändern. An der Transferliste nehmen. Ach, in die Fresse. Ja, genau. Transfer-Linger lasse ich ja erstmal drauf. Transfer-Status ändern. Von der Transferliste nehmen. Das Single ist schon so viel wert. Das ist ja auch krass, ey. Grabusko. Transfer-Status ändern. Von der Transferliste nehmen. Änderung übernehmen. Transfer-Status ändern. Transfer-Status ändern. Da müssen wir auf jeden Fall uns nochmal kurz drum kümmern. Hier, äh... Sowas so... Ach, Trainingsziele. Ich will auch jetzt nicht Trainingsziele eingeben. Reuter. Transfer-Status ändern. Von der Transferliste nehmen. So, wollte ich das. Änderung übernehmen. So. Dann haben wir Arbe. Arbe bleibt drauf. Und dann vielleicht bei den Kooperationsverträgen... Stehen da mehr hier. Da stehen jetzt zum Beispiel Preuter und Serpas hier. Zur Leihe anbieten. Ist nicht interessiert, den Spiele auszuleihen. Preuter vielleicht. Ist nicht interessiert, den Spiele auszuleihen. Die wollen nur das Geld von uns. So, dann gehen wir jetzt nochmal nach Deutschland. In die Regionalliga West, würde ich sagen. Kleinere Vereine. Wir gucken. Die haben da MSV Duisburg. Ja, den bieten wir dann an, dass wir den auch eine Million zahlen. Anzahl pro... So, sie kriegen drei Spieler. Und so. Zwei Jahre. Angebot abgeben. Der andere Club will ja nicht. Dann gehen wir zurück nach Spanien. Hier vielleicht. Hercules, Cordoba, FC Elche ist hier auch vertreten. Krass. Krass, krass. Was für Clubs hier mittlerweile in der ersten... In der Liga sind. So, auch zwei Jahre. Angebot unterbreiten. Und dann haben wir bis jetzt nur Southampton. Bis zum 23... Äh, 2029. Mal gucken. Anzahl Line. Vereinbart. Müssen wir mal schauen, wie wir das hier wirklich ausbauen. Ob wir wirklich den, äh, gute Spieler rüberbringen können. Und dann sowas hier. Einfach sowas. Weil, äh, da sind Spieler bei, die... Alle da übelst weiterbringen würden. Und in unserer zweiten Mannschaft werden die nicht wirklich, äh, passieren. Auf jeden Fall, ich würde die heutige Folge hier beenden. Ich bin ja schon bei 27 Minuten Rohschnitt. Auch wenn wir nicht wirklich vorangekommen sind. Machen wir dann in der nächsten Folge weiter mit den Transfers, die wir die ersten, die wir eintüten werden. Die die Vorbereitung werden wir wahrscheinlich komplett, werde ich komplett, äh, durchmachen. Und dann gehen wir in das erste Pflichtspiel. Wenn das nicht Ried ist, dann ist das auf jeden Fall das... Ne, es wird Ried sein. Das erste Freundschaft, äh, das erste Ligaspiel werden wir auf jeden Fall noch in der nächsten Folge mitnehmen, denke ich. Ich kann natürlich nichts versprechen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Also es ist gerne eine Bewertung da. Ihr könnt mich auch gerne kostenlos abonnieren. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich hab kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass...